Es war mal wieder Mannschaftskampf am vergangenen Sonntag und ich habe mir gedacht, die Partie, die zeige ich euch mal nicht. Es war ein Remis, das habe ich ja schon gesagt in einem der letzten Videos. Aber ihr habt dann doch darum gebeten, dass ich die Partie zeige. Die war schon spannend, aber ich dachte mir, naja, bei der letzten Remis-Partie, da habt ihr alle gesagt, wieso hast du das nicht weitergespielt, ausgekämpft und so. Und keiner denkt dran, dass ich so wenig Zeit hatte für diese komplizierte Stellung. Na gut, also ich zeige euch die Partie jetzt und da gibt es eine ganz, ganz kritische und sehr komplizierte Situation, die möchte ich euch im Folgenden näher vorstellen. Viel Vergnügen! Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesseleis Gunnys YouTube-Kanal. Also Mannschaftskampf, mein Verein Postbauer Heng gegen die Schachfreunde Fürth 1 und ich spielte an Brett 3 und hatte zur Abwechslung mal wieder Schwarz, wie quasi immer in dieser Saison. Nicht immer, aber meistens. Und deswegen gucken wir natürlich auch aus der Sicht von Schwarz, also aus meiner Sicht. Und ja, ich habe ja schon ein bisschen was vorweg geschickt. Der Mannschaftskampf ist insgesamt leider verloren gegangen, 3,5 zu 4,5. Aber wir gucken jetzt einfach mal auf meine Partie hier, was ist da passiert. Mein Gegner eröffnet hier mit D4 und ich habe noch vergessen zu sagen, liebe Leute, wenn es euch gefällt, ihr wisst, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, damit ihr überhaupt nichts mehr verpasst oder unterstützt mich gerne auch mit einer Spende via PayPal. Dafür sage ich jetzt schon herzlichen Dank. Also D4 hier von meinem Gegner, der Thomas Dittmer, erfahrener Spieler, guter Spieler und er öffnet meistens hier mit D4. Ich spiele Springer F6, Springer F3. Also ich habe mir schon gedacht, naja, vielleicht kriegen wir ja, kriegen wir mal so ein Nimmzu-Indisch-Setup aufs Brett. Aber nein, es kam Springer F3 und das Ganze transformiert dann in ein abgelehntes Damen-Gambit. Also, der Klassiker schlechthin, Springer C3. Und ich habe mir gedacht, wir spielen hier, ich habe ja in der Saison schon diesen semi-slawischen Aufbau gespielt. Ich wollte mal ein bisschen was anderes machen. Man kann hier auch so Raguzin-Verteidigung spielen, da bin ich jetzt nicht so fit drin. Fakt ist jedenfalls, ich habe mir gedacht, komm, wir spielen mal einen sogenannten Semi-Tarasch. Also, das direkte C5 hier habe ich lange nicht mehr gespielt. Ein bisschen kenne ich mich aus, aber natürlich nicht gut genug. Ja, wir sind ja auch keine Großmeister. Aber C5, warum denn nicht mal C5 spielen? Und üblicherweise nimmt Weiß hier raus auf D5. Und ich habe jetzt mal gedacht, wir gehen jetzt mal einen ganz modernen Ansatz hier. Ja, natürlich kann man hier einfach Springer schlägt D5 spielen. E überhaupt keine Frage. E4, Springer C3 und so weiter. B schlägt C3, C schlägt D4. Läufer B4. Und das sind alles übliche Mechanismen und Vorgehensweisen. Aber ich habe mir gedacht, wir spielen mal C schlägt D4. Und gucken mal, ob der gute Thomas Dietmar sich auskennt. Wahrscheinlich genauso wenig wie ich, aber das ist auch nicht schlimm. Wir haben nach, ich sage das nur deswegen, natürlich nicht despektierlich, wir haben nach der Partie auch ein bisschen gesprochen. Und er meinte, ja, nach C schlägt D4 war er auch nicht mehr so hundertprozentig. Er meinte, gute Eröffnungswahl, weil mit einem Semitarasch hat er jetzt mal nicht gerechnet. Okay, also man kann hier wunderbar mit der Dame nehmen, E schlägt D5 und so weiter. Aber der gute Thomas Dietmar hat hier mit dem Springer genommen, geht natürlich auch, klar. Am Ende des Tages wird Schwarz wahrscheinlich mit einem Isolani spielen müssen. Das kam dann auch so in der Partie. Ich wusste, normaler theoretischer Zug ist Springer schlägt D5. Ja, das ist, also das ist die übliche Herangehensweise. Man kann jetzt hier nehmen, aber dann ist er kein Isolani, dann kann ich er mit der Dame nehmen. Eigentlich spielt man hier, wenn ich es richtig im Kopf habe, Läufer D2, ne, oder? Na, anyway, also es kam mir eh nicht so. Ich habe mir gedacht, wir spielen mal mit Isolani und gucken mal, was passiert. Wir nehmen mal mit dem Bauern raus. Ist eher weniger oft gesehen, warum? Ja, weil Schwarz halt mit dem Isolani klarkommen muss. Läufer G5 hier, logischer Zug. Läufer E7 ebenfalls, glaube ich, nachvollziehbar. E3, weiß muss ja auch die Figuren entwickeln und ins Spiel bringen. E3 auch absolut normal. Und ich spiele hier Springer C6 und wir haben am Ende des Tages eine Stellung erreicht. Die gab es schon des Öfteren und die gilt als etwas besser für weiß. Nur eine 05 ist das, eine 06. Aber das ist aus der praktischen Sicht alles, wie soll ich sagen, spielbar und natürlich auf unserem Niveau ausgeglichen soweit. Ja, wie gesagt, Schwarz muss halt klarkommen mit dem Isolani. Na gut, also was habe ich hier erwartet? Sowas wie Läufer B5, Läufer D7 geplant und so. Aber mein Gegner spielte Läufer E2. Ich bringe erstmal den König in Sicherheit. Überraschung, Überraschung. Und das tut weiß auch. Und ich habe es schon mal eingezeichnet, liebe Leute. Läufer E6 ist hier ein ganz wichtiger Zug. Und man kann hier auch noch H6 einschieben, kann man auch danach machen. Fakt ist, dass Läufer E6 sehr wichtig ist. Und das bietet auch so ein bisschen an, dass weiß diesen Läufer entfernt. Aber das hat er nicht getan, mein Gegner. Und das war auch eine gute Wahl, weil, was heißt gute Wahl? Natürlich kann man hier nehmen. Nur, ich glaube, dann kann Schwarz ziemlich zufrieden sein. Ja, das Zentrum wurde stabilisiert. Es sind keine Isolanis mehr da. Klar, der E6 ist ein bisschen geschwächt. Ja, das stimmt, aber dafür offene F-Linie kann vielleicht auch mal was draus werden. Man kann da mit B6 spielen. Ich finde, insgesamt ist die Stellung gut spielbar für Schwarz. Aber der gute Thomas Dittmar hat ihn nicht genommen auf E6. Muss man auch nicht machen. Man kann hier einfach mal andere Züge, wie zum Beispiel ein H3. Ja, oder weiß ich nicht. Also weiß ich nicht. Läufer schon mal wegziehen. Da kommt sowieso H6 irgendwann. Hm, wie auch immer. In der Partie hat er aber Läufer F3 gespielt. Und das führt zu relativ komplexen Varianten. Ich sage euch auch gleich, was ich damit meine. Zuerst habe ich meinen H6 eingeschoben und hatte geplant, nach Läufer F4, also wenn er hier hingeht mit dem Läufer, Läufer C5 zu spielen. Weil dann ja diese Fesselung nicht mehr existiert hier. Dann kann man das machen. Oder wenn er nach H4 geht und mir gedacht, okay, dann bringen wir mal den Turm ins Spiel. Turm C8. Wo gehört ein Turm hin? Auf die offene Linie. Alles soweit richtig. Aber der nächste Zug, den der gute Thomas Dittmar gespielt hat, der hat mich doch ein bisschen, also was heißt ein bisschen, der hat mich eigentlich sehr überrascht. Und im ersten Augenblick dachte ich, der Zug kann nicht so besonders gut sein, wie man sich doch täuschen kann. Er hat hier gespielt, also hier auch, Läufer G3 kann man natürlich spielen und man kann auch immer noch auf E6 nehmen. Aber er hat Springer C nach E2 gespielt. Und liebe Leute, jetzt hört mal auf zu lachen und irgendwelche Enttäuschungen in die Kommentare zu schreiben, sondern lasst euch mal mit mir jetzt auf eine Reise in den Irrsinn ein. Weil hier in dieser Stellung bin ich ins Grübeln verfallen, liebe Schachfans, und zwar mal so richtig lang, eine halbe Stunde bestimmt oder so. Warum das Ganze? Na ja, ich stehe hier vor einer Entscheidung, liebe Schachfans, ich stehe vor einer Entscheidung. Schwarz kann hier forciert eine Figur gewinnen. Und darüber habe ich lange, lange nachgedacht, denn ich kann ja hier G5 spielen. Also was passiert denn, wenn Schwarz hier G5 spielt? Ich kann euch sagen, in der Partie habe ich es nicht getan, zur Partiefortsetzung kommen wir nachher. Und nach Läufer G3, G4 ist der Läufer weg, richtig? Wir gucken uns das gleich an. Zuerst mal möchte ich euch sagen, es ist eine sehr schwierige, finde ich, sehr schwierige Aufgabe, diese ganzen Konsequenzen nach G5 durchzurechnen. Was ist denn, also erstens fangen wir mal an, was ist denn, wenn Weiß als erstes mal hier nimmt? Okay, dann muss ich ihn natürlich erst mal zurücknehmen, logisch, klar. Und jetzt zieht der Läufer weg und wir holen uns diese Figur. Ich konnte, ich muss offen sagen, ich konnte die Konsequenzen nach G4 nicht final und komplett kalkulieren. Denn es gibt hier zwei Antwortmöglichkeiten und ich hatte riesen Respekt vor Dame C2. Dame C2, also ihr seht hier ein Loch auf G6. Ja, das heißt, wenn man sich hier die Figur schnappt, Dame G6, König H8 und jetzt Springer F4. Nicht hier nehmen, nicht hier nehmen. Weil wenn man hier nimmt, ja, das ist glaube ich nicht so gut. Na, Springer H7, ich bin mir aber überhaupt nicht sicher, wie das hier ausgeht. Es ist laut Maschine besser für Schwarz, deutlich besser, wenn Figur mehr, aber, naja, man spielt mit dem offenen König in der Gegend rum. Was kann man aber auch rechnen, wenn Weiß gar nicht auf H6 nimmt, sondern sofort Springer F4 spielt? Dann droht hier der Einschlag auf E6 und wie verhindert man das? Hm, wahrscheinlich gar nicht, oder? Wahrscheinlich muss man trotzdem Springer H7 spielen. Ich bin mir nicht sicher, Turm G8 eventuell, weiß ich nicht. Das ist schwierig nach Springer H7 und Springer schlägt E6, gefolgt von Turm G8. Ich konnte hier nicht mehr rechnen. Auch hier sagt die Engine, es ist besser für Schwarz aufgrund einfach der Mehrfigur, aber das ist, ich habe hier abgebrochen, ich konnte es nicht kalkulieren. Das ist aber nur, ganz ehrlich, liebe Leute, das ist nur der Anfang des Wahnsinns, denn was muss man noch berechnen? Weiß muss ja gar nicht hinnehmen. Was ist denn, wenn Weiß sofort weggeht? Dann kommt auch G4, richtig? Und der Läufer ist gefangen. Es geht jetzt trotzdem Springer schlägt E6. Okay, ich nehme zurück, klar, und jetzt kommt der Oberknaller, liebe Leute. Schwarz gewinnt hier eine Figur. Aber die Maschine zeigt 0,0 und ich habe das nicht komplett rechnen können, aber ich habe es gefühlt irgendwo, hier gibt es Kompensationen, das ist auch so, denn Weiß kann in der Tat hier, schaut euch das mal an, auf G4 nehmen. Muss ich offen zugeben, das habe ich nicht gesehen in der Partie, aber ich hatte kein gutes Gefühl, aber das ist ja der Wahnsinn. Was ist das denn? Was ist das denn? Wenn man nämlich hier die Figur sich einverleibt, jetzt haltet euch fest, liebe Schachfans, dann kommt Springer D4. Und jetzt hängt die Figur. Und es droht der Einschlag auf E6. Liebes bisschen. Das habe ich nicht gesehen. Die Maschine empfiehlt hier, Springer schlägt E3. Okay, F schlägt E3, Turm schlägt F1, Dame schlägt F1, Springer schlägt D4, E schlägt D4 und diese Stellung ist offensichtlich ausgeglichen und die Mehrfigur ist auch nicht mehr da. Wir haben sie auf E3 zurückgegeben. Okay, okay. Lass uns nochmal zur Stellung nach G5 zurückspringen. Nochmal die Variante, wenn Weiß hier nimmt auf E6, F schlägt E6, Läufer G3 und G4. Auch hier ist es möglich, nicht damit C2 zu spielen, sondern auf G4 zu nehmen. Das ist eine ähnliche Variante. Schaut mal, Springer schlägt G4, Springer D4 und erkennt ihr was wieder? Die Maschine sagt, Springer schlägt E3, wir sind dann mit Zukunftstellung in der gleichen Variante. Es ist am Ende des Tages eine Bauchentscheidung, weil ich kann, ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich kann nicht so weit rechnen aus, und vor allen Dingen bedenkt, aus dieser Stellung heraus. Nicht aus irgendwelchen fortgeschrittenen Varianten, sondern aus dieser Stellung heraus. Aus G5 zu rechnen, du liebes Bisschen. Und so ein bisschen gibt mir die Engine, also in der Nachbetrachtung, in der Analyse nach der Partie auch recht. Es ist am Ende tatsächlich nur eine 0,0 Stellung. Also ich habe mir gedacht, ich bin mir nicht sicher, wir machen mal einen Mr. Safety Zug, soliden Zug, Dame B6 hier, habe ich gespielt. Und mein Gegner auch relativ lang überlegt, er kann hier natürlich verschiedene Züge spielen. So, H3 ist sicherlich eine Option, das Nehmen ist immer noch eine Option. Das Ganze ist sehr, sehr nah am Ausgleich. Er hat ja Turm B1 gespielt, ich dachte wieder, der Zug ist doch sicherlich nicht so hundertprozentig akkurat. Engine bestätigt das aber auch hier, wir sind bei einer Minus 0,4. Ja, wieder gibt es die Varianten mit G5. Ach, du liebes Bisschen, dachte ich mir. Ich habe es eben schon nicht getan, dann tun wir es halt einfach nicht. Tun wir es trotzdem nicht. Sondern ich habe hier Springer E5 gewählt. Und das ist auch nicht besonders genau, ja, muss man auch sagen. Also es ist nicht schlecht, kann man auch nicht sagen. Läufer D7 ist auch eine Maschinenempfehlung. Ja, genau, wer spielt hier Läufer D7? Es geht halt darum, diesen Abtauschmöglichkeit rauszunehmen. Aber okay, also habe ich. Also Springer E5, na gut. Und jetzt, jetzt kam es, wie es kommen muss. Ja, der gute Thomas Dittmann nimmt hier auf F6 raus. Und da habe ich schon gedacht, okay, jetzt verflacht das Ganze. Denn ich kann hier zwischennehmen auf F3. Mit Schach habe ich auch getan. Springer schlägt F3, Läufer schlägt F6. Und der Springer geht einfach wieder zurück. Und jetzt ist es einfach so, dass man sagen muss, Läuferpaar gegen Springerpaar. Aber wenn weiß, die Konstruktion E2, also Springer E2, Springer D4 und Bauer auf E3 einfach nicht mehr anfasst. Nicht mehr bewegt. Wie macht Schwarz Fortschritte? Gut, der Isolani ist jetzt nicht so das Problem. Den kann man sicherlich verteidigen. Ich meine, Schwarz muss immer drei Bauerninseln verteidigen. Und ja, das Ganze ist vermutlich komplett total ausgeglichen. Also man kann hier schon fast Remy machen. Es ist ja so, schaut mal Leute. Hier kann es sein, dass sich das Ganze ins absolute Wohlgefallen dann eben auflöst. Schaut mal, wenn man hier nimmt und dann nimmt man hier und die Dame nimmt und dann nimmt die Dame hier. Jetzt hängt der A7, wie ihr seht. Man muss B6 spielen. Der Turm geht nach D1. Und nach solchen Konstruktionen ist es dann auch nicht überraschend, dass wir die Partie Remy gegeben haben. Hier geht gar nichts mehr. Und die Engine sagt auch 0,0. Also, wie gesagt, es ist, es mag nicht so spektakulär aussehen, das Ganze. Nur, ich habe euch ja gezeigt, dieses G5, G4 Konstrukt, oh mein lieber, mein lieber Herr Gesangsverein. Also das muss man erstmal komplett durchrechnen. Nicht so einfach. Insofern, okay, am Schluss totale Neutralisation. Es ist einfach eine ausgeglichene Partie. Und wenn beide Spieler, wenn man hier nicht das hohe Risiko wählt und beide Spieler dann im Endeffekt keine Fehler machen, geht eine Schachpartie halt Remy aus. Ja, was soll ich sagen? Ein Zeitverbrauch ungefähr, also insgesamt ist Spielzeit ungefähr drei Stunden. Und ja, die Zeit war jetzt weniger ein Faktor im Grunde. Okay, jetzt habt ihr es gesehen. Leider ist der Mannschaftskampf knapp verloren gegangen. Aber es ist nicht ganz so dramatisch. Wir sind immer noch auf Platz drei in der Tabelle. Und ja, jetzt seid ihr gut informiert. Und ich hoffe, ihr seid einverstanden mit dieser doch im Grunde guten Partie. Mit einer, ich würde mal auch sagen, mit schwarzen, souveränes Remy, wenn man so will, oder? Also ist halt manchmal so. Ich finde das in Ordnung. Remy gehört zum Schachsport dazu. Und deswegen bin ich auch nicht unzufrieden. In diesem Sinne, liebe Leute, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Oder unterstützt mich auch gern mit einer Spende via PayPal. Macht's gut und tschüss.